Willkommen heute bei drei Fragen auf dem Weg zur Arbeit, heute mit Peter. Welchen Beruf lernst du denn? Ich lerne den Beruf des Elektronikers in Informations- und Telekommunikationstechnik und bin im ersten Lehrjahr. Was gefällt dir denn an deinem Beruf besonders gut? Mein Job ist sehr vielseitig und bringt sehr viel Abwechslung mit in den Tag. Außerdem lernt man viel, wie man verschiedene Probleme auf die verschiedensten Möglichkeiten lösen kann. Es stärkt den Teamgeist und ja übrigens, wir sind sehr von Männern besetzt, also wir würden uns auch über weibliche Unterstützung sehr freuen. Welche Vorteile und Möglichkeiten bietet dir dein Unternehmen denn? Nun, ich kann in großen Projekten in Deutschland und regional teilnehmen und mitwirken, die Praxis näher, das Arbeiten im Team oder auch selbstständig und schließe ich meine Ausbildung gut ab, kann ich in die Firma übernommen werden mit hoher Wahrscheinlichkeit. Okay, wir sind jetzt da, ich wünsche dir einen schönen Arbeitstag. Dankeschön, Wiedersehen. Tschüss. Hier war ich. Bis zum nächsten Mal.